So, Dille, da wären wir im Stream. Hallöchen da draußen. Gut, jetzt nach zwei Sekunden wird wahrscheinlich noch keiner zugucken, aber nichtsdestotrotz hallo, hallo, vielleicht hau ich das ja irgendwann mal später raus. Wir zocken heute. Xonotic, wer ist wir? Naja, der JohnDFool ist mit dabei. Moin. Moin, der Richard. Hi. Hallo, der Robert, den ihr jetzt sehen müsstet. Hallo. Hi, ja, und meine Wenigkeit. Eventuell auch noch Weiser Kadaver oder sonst irgendjemand, denn dieses Spielchen hier ist Free For All. Mal gucken, ob im Laufe der Zeit irgendjemand joint. Mal gucken. Im Stream müsste auch die Serveradresse und alles stehen. Kommt in Discord, wenn ihr das möchtet, da könnt ihr auch mit chatten und pipapo, wir gucken einfach mal, was passiert. Ja, Xonotic, was ist das? Ist ein Open-Source-Shooter. Den haben Robert und ich letztens auch schon mal angespielt. Da gibt es auch ein YouTube-Video zu. Und jetzt haben wir uns mal noch ein paar Freunde eingeladen. Gucken mal, was passiert, wenn wir hier ein Multiplayer-Game aufmachen. So, das würde ich jetzt auch mal machen. Deathmatch, jeder gegen jeden. Ich habe keine Ahnung, was für eine Map ich nehmen soll. Ich mache einfach mal irgendwas, weil hinterher wird es sowieso Map-Votes geben. Von daher, ja, können wir uns einfach mal ein paar Maps angucken. Zeitlimit mache ich auf zehn Minuten. Punktelimit unbegrenzt und ansonsten, ja, Spieleplätze, egal. Machen wir mal 16. Das wird nicht passieren. Glaube ich nicht. Aber hey, wer weiß, wer weiß. So, ich mache einmal starten. Loaded noch. Loading, Precash, Pipapo. So, ich bin drauf. Ja, dann könnt ihr mal probieren, ob ihr verbinden könnt. Bin drauf. Sehr gut. Guten Abend, ihr Lieben da draußen. Hallo, hallo, hallo. Oktoberisch ist auch da. Guten Abend, Hubert. Guten Abend. Guten Abend, ja, jetzt dann noch nett zu uns. Und der Richard ist auch da. Schön, schön, schön. Na, dann join ich mal. Was wir leider nicht haben, ist eine Warm-Up-Phase. Es geht sofort los, sobald man beigetreten ist. Das stimmt allerdings, ja. Ja, in einem Spiel. Ja, es war eigentlich ganz nett, das ist bei Warsaw. Ausprobiert, da hat man irgendwie so eine Minute. Das ist auch wirklich ganz cool, das stimmt. Ja, ist irgendwie ganz nett. Da hat man erstmal auch alle Waffen, kann man sich nur... Boah, man kann ein bisschen sich einschießen, ne? Ja, es geht halt auch um den Competition-Faktor. Dass man nicht im Vorfeld, wenn man als erster gejoint hat, schon mal die besten Sachen einsammeln konnte. Sondern dass dann wirklich alle gleichzeitig starten. Boah. Ja, das stimmt, ne? Hier muss man erstmal joinen. Halt ist erstmal Spectator. Boah. Den ersten Sekunden, das kann schon was ausmachen. Weil wir vielleicht auch das selber abstimmen könnten. Wir könnten ja einfach sagen, wir bereit sind und dann treten wir bei. Könnten wir machen, wir können es auch lassen. Ja. Ist jetzt nicht so schlimm, ich meine mein Gott. Wir machen es jetzt beileibe nicht kompetitiv. Äh, was geht hier ab? Wo kommt die innen alle her? Ah, da haben sich... Das war aber unfair. Haben sich alle getroffen, schön. Irgendwie ist da unten so die... Oh, oh. Hi, bam, in die Fresse. Oh, nein. Oh. Aber hier in dieses Mittelgang oder in dieses Mittelstück trifft man sich echt, ne? Ja, ja. Auf jeden Fall. Die Wege führen da hin, irgendwie. Auf jeden Fall. Ah. Läuft es bei euch denn so einigermaßen? Hier bei meiner Bandbreite? Wird es mit? Ah, Mist. Funktioniert? Gut. Keine Probleme bisher. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich hoffe, es streamt auch. Mal schauen. Oh, hart verletzt. Und ich würde das dann so halten an die Zuschauer da draußen. Ich halte das dann so, dass ich ab und zu mal hier die Camps und die... Oh, ah, die Kameraansicht. Oh, voll in die Fresse. Alter. Oh, jetzt ist es noch geschafft. Ich habe noch gesehen, wie er so ausholt mit dem Arm und dann bam, war ich weg. Ich war schon eine halbe Stunde hinter dir. Ich hatte keine Munition mehr. Oh, Mann. Und das hat funktioniert. Unfassbar. Das gibt Rache. Jedenfalls, ich werde die Kameraansicht dann ab und zu mal switchen, vielleicht jede Runde oder so. Du kannst das natürlich nicht ständig machen. Ja, jetzt auch nicht gehen. Oder ab und zu, wenn ich tot bin. Ja, ja. Boah, nein. Ich habe mir Aua gemacht. Ah, yes. Yes, yes, yes. Boah. Immer wenn ich sterbe, kann ich mal auf den Knopf drücken zum Kamerawechsel. Was natürlich nie passieren wird. Ja. Nein. Nein. Das war sogar mal geplant. Oh, wer war denn das? War so schnell wieder weg. Bestellt. Schon wieder. Ja. Aber das war nicht ich. Glaube ich. Dann kommt da oben raus. Oh, war der geil. Ich habe einfach mal nach oben geschossen, in der Hoffnung, ich treffe vielleicht jemanden unermaßen kill. Boah. Oh Gott. Da fliegt er dich ab. Oh. Oh. Ja, war noch lebig. Boah, voll in die Ecke manövriert ich der. Nein, 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 nein. Ich bin da. Ei. Oh, ich bin drei. Ich habe drei Kills schon. Hier, ich zeige euch meinen Robert. Ja, genau. Ich hätte noch dazu schreiben sollen, das ist die Robert-Camp. Naja, man sieht es ja an der Robert-Camp, wer gerade im Vordergrund ist. Dann, wenn ich mich blamiere, dann zeigst du mich. Wow. Hallo. Hallöchen. Und weg war. Oh, jetzt konnte ich mich nicht entschalten. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Nein, nein, nein. Warum crouch ich denn? Das war nicht das, was ich wollte. Oh, stir. Das ist der Klassiker. Wenn zwei vor einem sind, schießt man immer in die Mitte. Zwischen die beiden. Ja, ja. Ja, ja. Ich freue mich, der Schmerz. 5 Minutes Remain. Ja, ich glaube, 10 Minuten Runden sind ganz okay. Wo? Du bist gerne in diesen Tron-Mod unterwegs, ne? So, du wolltest mich doch verarschen. Ich habe dich jetzt gar nicht gesehen. Nein, ich falle runter. Nein. Das offene Fenster? Das offene Fenster? Bei der Sniper? Das ist gemein, ne? Ja. Das ist echt gemein. Das ist kurz nach dem Spawn. Genau. Wenn man mit Bunny Hopping durchrennt. Oh, Mann. Da kann man nicht mehr bremsen, ne? Ja, genau. Ah. Toll. Jetzt wünsche ich mir manchmal das Auto-Switch, ne? Aber andererseits, Kontrolle ist besser. Oh, wer war das? Entschuldigung. Ich wollte ihn nicht in den Rücken schießen. Ah, du schon wieder. Wo seid ihr denn? Ich sehe euch gar nicht. Das war ein Treffer, geil. Ah, leider ist jetzt der weißer Klaver nicht mehr da, ne? Soll mal wieder draufkommen. Dieser blöde Sniper. Ich hatte ihm aber gesagt, gleich geht es weiter. Wir machen nur eine kurze Pause. Nein. Au. Ah, puh. Konzentration. Affe nehmen. Mehr Konzentration. Nein. Weißer Klaver ist aber ein Xenotic. Laut, äh... Oh, das ist Sinn für John. Läuft da? Ja, okay. Hier auch. Boah, war das gut. Gut, dass das auf Video ist, okay. Ah. Kann sich bitte anfangen. Könnt ihr denn hier mal den Rocker? Immer wieder. Ähm. Boah. Der... Gute Frage. Könnte ich jetzt nicht beschreiben. Yeah. Yeah. Brauchst du gar nicht so zu lachen. Bin ich einfach niedergemäht. Ich bin damit leerer, Muni. Hinter auch hier. Oh, das ist stärk. Aber diesmal hat es nicht funktioniert. Oh, ich bin stark. Ich habe so eine blöde Sniper. Ich gucke halt immer nur nach vorn. Weißt du? Kann man die Waffe abwerfen? Abwerfen nicht. Abwerfen? Wozu? Oh, keine Muni. Oh nein. Oh, das ist jetzt sehr blöd. Ah, da habe ich gebärst. Mist, voll rein hier. Ja, stimmt. Es läuft nicht mehr. Ich habe das Gefühl, ich mache nur wirren Blödsinn. Wow. Also, Maffe abwerfen kann man nicht. Okay, wir haben einen Cycle von zehn Minuten. Geil. Und ich bin die älteste Person hier am Server. Wollen Sie bitte etwas rücksichtigen. Ja, klar. Oh, die ist geil, wie knapp. Mag ich. Mann, Mann, Mann. Ah, puh. Oh, jetzt habe ich Raketenwerfer. Oh, geil. Wer hat mir den dann vermacht? Yeah, yeah. Dann komme ich von ganz nah an dich ran. Tut dir nicht weh, ne? Aber jetzt wirklich mal, warum wolltest du eine Waffe abwerfen? Damit du die nicht auswählst, oder? Ja, gut. Ich hätte dann weiter scrollen können. Standardwaffe oder halt Sniper. Standardwaffe ist aber super schlecht. Und Sniper mag ich überhaupt nicht bedienen. Ja, das ist ja... Das sind ja nicht ein Insta-Gip hier. Hier an so einem Fenster ist der Rocket Launcher. Yeah, yeah, yeah. Ich muss aber noch ein bisschen... Ich muss noch ein bisschen üben. Aber wie findest du denn meinen Charakter? Ich finde deinen Charakter total super. Auch hier mit diesem dezenten Blau und so. Ich, äh... Boah. Das sind Details, auf die ich jetzt nicht so geachtet habe, muss ich sagen. Das ist dezente Tron Blau. Ja, Tron Blau. Ich habe... Das ist echt cool, ne? Keine Ahnung, was ich hier eigentlich ausgewählt habe. Ich glaube, ich bin ein bisschen Schweinchenfarben. Extra für dich heute. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Hier, ich probiere mal... Extra ein Stream in Schade geschmissen. Ja, ja, ach, schön. Sehr schön, sehr schön. Probier mal die Sniper. Mal gucken, ob die wirklich so kacke ist, wie du sagst. Willst du mich bestimmt nur von den guten Sachen abbringen? Oh, 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 oh. Du, was seid ihr denn? Nicht was vermacht. Das ist nett von dem Jungen. Ich mag ihn. Nein. Das ist echt nett, wenn er sich vorbein ist. Agetenwerfer. Ja. Ich schläufe so gut. Ui, ja. Es ist gut zu wissen, wenn man... Ah, Map bald vorbein ist. Sieben. Der hat auch gerade hier oben. Ja, ne? Ah. Ja, 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 ja. Oh, hier seid ihr alle. Hier habt ihr euch versteckt. Also. Ja. Ja. Oh, der hat irgendwie so eine 80er-Jahre-Lederjacke an mit gelben Applikationen. Irgendwie schon ziemlich abgefahren. Erinnert sich ein bisschen an Miami Vice, falls ihr das noch klingt und so. Ist ihr da alles rein? Sie hat hier wirklich voll in Schale geschmissen. Wow, war der gut. Wo nehmt ihr die Zeit her, da so drauf zu achten, wie die anderen aussehen? Ja, 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 ja. Wenn der John wieder die ganze Zeit hier durch die ganze Map hinter mir herläuft, da hat er Zeit, sich das anzugucken. Oh, ich hab ja gar nicht meine Cap an. Das geht doch gar nicht. Wir müssen nochmal anfangen, glaub ich. Moment. Okay, Stream-Abbruch auf jeden Fall jetzt sofort. Dann läuft's auch gleich besser, weißt du? Was wählen wir? Ich hab keine Ahnung. Nummer 6. Nummer 6 sieht schön aus. Also, Erbium. Ein bisschen was mit Grün. Genau. Hat's denn auch funktioniert jetzt mit dem... Ja, ja. Och, jetzt hab ich nicht gesagt, ready. Kommt erstmal rein, ich mach nix, ich warte noch. Oh Gott. Was? Ach, der läuft schon rum, ich starte einfach. Na, warte. Wie gesagt, fair geht vor, John. Also, gelbe Karte ist schon mal für dich jetzt, ne? Da weiß Bescheid. In die stille Ecke mit dir. Ohi, das andere O. Ja, das hast du dir verdient. Das andere O. Nein, das andere O. Ach so, ach so, ach so. Wir spielen hier gegen die normalen Buchstaben. Ich bin wegen dem Spektrum, oder so. Äh, Space, Space, Space. Drück, Space. Ja, springen, drücken. Stimmt, er hätte es theoretisch auch auf was anderes weinden können. Das ist richtig. Hab ich sogar. Echt? Hey, hey, hey. Ja. Auf was hast du gebraucht? Lass mich da raus hier, Richard. Beziehungsweise auf beides zu zichten. Aber ich springe nur mit Maus. Ah, interessant. So, ja, und bei mir ist es weh. Also, ein Breakthrough würde eigentlich auf rechte Maustaste springen können. Ja, das haben wir in... Oh, ja. Äh, das haben wir in... Wo war das denn? Warsaw, glaube ich, gesehen. Mhm. Oh. In Open Arena könnte es sogar auch sein. Bin ich mir nicht sicher. Das hat was mit dem Rocket Jump zu tun. Der ist dann besser timelar. Ja. Aber hier gibt es keinen sinnvollen, deswegen... Ja, das stimmt. Also, du bekommst viel zu viel Damage. Aber er wirkt. Also, er funktioniert. Timelar-Frau. Wenn man sich mal schnell entziehen will. Ja, genau. Nein. Nein. Wo bist denn jetzt hin? Tja. Magie, weißt du? Ah, ja, ja. Oh, das ist was Großes. Boah, schade. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt hab ich's. Ha, ha. Schade, schade, schade. Jetzt hab ich dich erst irritiert. Dennoch bin ich der Leader. Boah. Ah, tight for the lead. Ah. Oh, Mensch. Halt still. Niemals. Stört doch endlich mal. Ja, jetzt aber. Nein, das war nix. Ich hab schon noch eine Lägerzeit verlieben. Echt? Ja, tatsächlich. Ja, alle vier im Guss. Nein. Nein. Das war's. Doch, auch eh. Warum ist es ein bisschen grün und vernünftig ist der auch hier direkt vor mir. Das können wir aber schnell. Warum ging das so schnell? Weil ich gut bin. Zeig dich gleich hier mal wieder. Damit du nicht so gut bist. Keine Muni! Keine Muni! Keine Muni! Keine Muni! Was sind hier eigentlich die... Ah, Secondary! Es gibt auch auf manchen Waffen Secondary, ne? Also müsst ihr drauf achten. Ich komme hier nicht weeeeg. Mist, das war ganz schlecht. Oh, ich bin ja schon wieder am Leben. Wie kommt das denn? Ich wollte doch noch gar nicht. Hier, guck ein bisschen beim Robert zu. Guck beim Robert zu, dann ist er nicht mehr so gut. Dann blamiert er sich wieder. Das ist eine gute Idee. Zeig mal mehr den Robert, der macht uns immer das. Ja, 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 ja. Vor den Millionen Zuschauern kann er sich ein bisschen... Ach, ihr wollt sehen, wo ich bin im Stream. Der darf mich nicht kriegen! Der darf mich nicht kriegen! Mienals! Kämpfe, Ochi! Kämpfe! Boah, Mann! Ich will die Nacht mit dir sein! Ah, ja, 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 ja! Na, Leute! Ach, das macht Spaß! Ja, ist schon cool! Ohne Munition hinterm Ochi, ja, ja! Das macht doch echt wach, das schwer! Ich war im Nachnamen, ich konnte mich gar nicht wehren. Das zählt nicht, der Letzte! Du warst doch bestimmt schon den ganzen Tag aufgeregt. Er konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Event hier, ja. Boah, geil, morgen kann ich mit dem auch viel zocken live im Stream. Kannst gar nicht mehr erwarten. Triple Kill. Ja, alle geben. Ihr merkt es, ne? Triple Kill? Das müssen wir ändern. John, die Fuhl, komm mal her. So, gut. Hat der alte Sack superlack. Ja. Oh, voll weggenommen. Ach, ist das eine Scheiße. Wo sind die hier rum? Zweiter, dritter. Nein, doch nicht. Yeah. Triple War. Ey, jetzt weg hier von meinen Spawnpoint. Den hab ich auch. Ich hab den. Triple War. Ich muss noch was anderes als ganz schön sehen. Sehr einseitig in der Waffe. Nein, ist nicht schlecht. Also, sogar auf die Distanz, erstaunlicherweise. Ah, Mist, ich komm da nicht hoch, Mann. So ein Unglück. Ja, erst du und dann du. Komm her, komm her, komm her. In der Luft. In der Luft. Du hättest eigentlich tot sein müssen. Fall um. Fall um. Wow, da schießt er mit Raketen. Das ist der John. Aber ich weiche aus. Neo-Style, so richtig hier. Ja. Ja. Ich habe das gesehen. Das war der Hammer. Ja, ja, ja. Ich hör mal du. Ja, ja, ja. Lade nach. Nix. Weiter geht's. Wer schwitzt er denn da sein Innerein entgegen? Leute, das macht man doch nicht. Endlich. Boah. Okay, 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 okay. Oh, eine Sekunde Pause. Eine Sekunde Ruhe hier. Ein Moment der Stille genießen. In der Luft habe ich dich erwischt. Haha. Wow. Ich bin auf deiner Rakete gesurft, glaube ich. Wow. Ja, dafür war sie da. Nein. Ja, nein. Ja, nein. Nein, nicht so nah. Nicht so nah. Nicht so nah. Shit, shit, shit. Oh, shoot. So, sind die hier irgendwo? Ja, ja. Da sind die. Oh, okay. Okay. Krieg ich ein Autogramm. Krieg ich ein Autogramm. Krieg ich ein Autogramm. Der hat mir getan. Ach ja. Da ist der. Da ist der Richard. Der ist der Richard. Ja, da, Mann. Nix da. War schön da ran. Allee, D-Koß. Hi, Paps. Na du? Na? Alter, Acht-Armer. John, wie hast du so viele Löcher? Nein. Ja, Mann. Nein. Och, je. Nee. Tschüss. Hallo, Richard. Der Richard hat mich schon total vorbereitet, ey. Also, Och, Och, Ochto. Äh, Och, Och. Ochto. Ochto. Ochto, Dad. Weg da. Hat der John jetzt auch immer die Punkte her? Der, 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 der mausert sich hier noch. Unfassbar. Ich war mal vorhin ganz dringend. Jetzt bin ich wieder zweiter. Oh, da bin ich vorhin reingelassen. Oh, yeah. Danke. Nein. Den besten Rakete bin ich da gelaufen gerade. Also, ich mag die Sniper ja relativ gut. Ja, du bist ja auch immer Sniper-Typ. Wir müssen unbedingt dann, wir müssen dann mal Instagip spielen. Ja. Deswegen hat man mich auch nie in einem Contest-Fall-Clang gelassen, weil ich immer nur nach vorne gehe. Und ich wollte auch so gerne bei den Profis spielen. Oh, jetzt bist du wieder weg. Du wolltest, aber wurdest nicht gelassen. Genau. Oh. Äh. Eine Runde Mitleid. Wow. Ach, die ist ohne Moon. Okay. Was? Du hast eine Waffe ohne Moon. Ihr, nimm mein Mitleid an. Oh, da. Mitleid. Mitleid. Ich habe ein bisschen Mitleid so. Ach. Was? Der Oktow-Woo-Woo-Woo. Was war denn das? Was hast du getan? Da stirb erst mal. Oh. Oder du? Nein, nein. Nein, 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 nein. Wow. Wer war da? Ich muss Waffe nehmen. Okay, gerne nur gehen. Na? Warum hat sie mich geschossen? Okay, danke. Wie oft ist man hier mit Hitten? Oh, ledig. So, gucken wir mal wieder bei mir rein. Warum eigentlich nicht? Wie wechselt ihr eigentlich auf den Rocket Launcher? Scroll Wheel. Bei mir überspringt er den mit Scroll Wheel. Ey, dann ist er unter der Munition. Ah, okay. Entweder ohne Moon oder war es irgendwas komisch gebeindet. Oder du hast sie dir noch nicht verdient. Wir hatten in irgendeinem Spiel das Problem, dass wir irgendwie die Mausräder doppelt gebeindet haben. Oder haben wir herausgefunden, was das Problem war. Keine Ahnung, dann hatten wir irgendwie so Probleme, dass sie ja manchmal Waffen übersprungen hat. Aber ich glaube, das war nicht in diesem Spiel. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, das war bei Open Luna, glaube ich. Aua. Ich kann es nicht sagen. Oh, der Kehrer wird. Ach, das war ja nichts. Wo seid ihr denn? Ach, da. Was war das? Ich bin innerhalb von 5 Sekunden weggebratzt worden. Ein bisschen anders hinsetzen hier, dann wird es wieder besser. Alles besser. Wow, wow. Oh, das war okay. Hi, Ochi. Nein, nein, nein. Tschüss, 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 tschüss. Was war das denn? Ist hier großes Getümmel. 5 Sekunden vor. Ja, wir müssen ihn jetzt gerade eben. 3, 2, 1. Komm her, komm her, komm her. Mann, 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 Mann. Sehr schön, sehr schön. Puh, was gibt es denn hier zum Voten hier? Dark Zone sieht nicht schlecht aus. Boah, das hier, das sieht ja komplex aus. Das ist Säulend. Was möchtest du haben? Dark Nummer? X-Säulend. X-Säulend, ja. Ja, okay, machen wir das. X-Säulend grün ist Menschenfleisch. Mir ist egal, in welcher Umgebung ich euch blamiere. Ich blamiere mich erst mal. Ich fliege mal hier raus. Guck mal, ich bin hier draußen. Boah. Da ist erst mal der... Boah. Boah. Och, hier haben wir schon mal auf der Map ein Insta-Gip gespielt. Ja, ich erinnere mich. Hier sind diese komischen roten Pads, wo ich immer denke, das sind Jump-Pads. Sind sie aber nicht. Nein, das sind irgendwelche Spawner für Items. Ja, es gibt hier Jump-Pads, aber das sind so Ventilatoren. Nein, wo bin ich denn jetzt hier? Oh, nee, das war ja doof. Voll hängen geblieben. John, hey. Ja. Ui. Ui, ui, ui. Oh, was hab ich denn hier? Oh, mega, Herr. Ich mag die Wett nicht. Aber es ist egal. Oh, hier seid ihr. Nein, 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 nein. Fall, runter. Ich hab dir den gefallen. Oh, da ist gut. Haha, haha, hey, na? Na? Hier, Oktoren, nimm das. Nimm, nimm. Nimmst du... Och, nee. Was haben wir gesagt? Warum nimmst du mein Geschenk nicht an? Wir schießen nicht auf Oktopoden, haben wir gesagt. Ja, während der John beschäftigt ist. Ja, ja, ja. So, was haben wir denn hier noch? Ja, Sniper, yeah, oh, wow. Entschuldigung, aber das musste sein. Ja, die ist alle. Nein, hier sind ja noch mehr. Oh, hier sind noch mehr, oh, hier sind noch mehr. Oh, Gott. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her raus, komm her raus. Er ist abgehauen, er ist abgehauen. Mein Punkt ist weggelaufen. Hast du dich dem Ganzen entzogen auf die eine oder andere Weise? Auf die eine oder andere Weise. Ja, auf die andere. Ja, auf die andere. Oh, Mist. Oh, Mist. Oh, hier. Wow. Hat der mich an die Säule geklatscht? Oh, yeah, oh, yeah. Moment, zweimal gilt nicht. Zweimal hintereinander gilt nicht. Oh, nein, die stehen da so schön. Kommt her. Komm, 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 komm. Komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Wer, wo, was? Ah, das ist der Otz. In meine Rakete. Ich fühle mich richtig schlecht, ich spawn immer hinter John. Ich schieße jetzt bestimmt schon zum 50. Mal in den Rücken. Oh, Mann. Oh, das ist in Ordnung. Ah, das... Nein, wo bin ich denn hier? Oh, 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 oh. Du hast so ein Glück, dass du es noch auf die Plattform geschaffen hast. Was ist das denn für ein Mistverdammter, äh, Jumppad hier? Nein. Cool. Du weißt halt nicht, wann ein Jumppad benutzt. Offensichtlich. Genau. Das Jumppad weiß nicht, wie man den Ochri transportiert. Ach so. Ist Ochri inkompatibel. Scheinbar. Ich hab eine komische Gewichtsverteilung. Uiuiuiuiui. Er fliegt da wieder. Ich tu mir auch so hart selber weh mit dem passierten Werfen. Boah. Oh, hier, Robert, wir sind tight for the lead. Okay. Ja. Was? Das kann der wohl gar nicht. Ich weiß auch nicht, wie du da oben hinkommst, aber ja. Ich war schon die ganze Zeit da oben. Ich weiß, ich sollte es eigentlich Scoreboard wieder nennen. Nein, ich fall runter, nein. Ja, genau. Okay. Du hast deinen Platz gefunden, Ochri. Sehr schön. Du warst noch in der Selbstfindungsphase gerade. Ist der fies. Hört ihr das? Wie fies der ist. Ein bisschen nachklicken hier. Nein, schon wieder runtergefallen. Das darf doch nicht wahr sein. Ich zeig euch den Robert hier. So. Boom. Oh, keine Ahnung. Ich weiß, warum ich nicht streame heute. Also zumindest das nicht. Mann. Irgendwie geh ich nicht so ab, wenn die Kamera auf mich gerichtet ist. Ja, ja, ja. Wisst ihr? Jaja, schieb's jetzt da rauf. Hm. Wenn mir Leute zugucken, dann verkack ich immer. Boah, ich seh nichts vor Blut. Wenn die Leute wüssten, was die jetzt im Stream verpassen, ne? Ja, ja. Ja, ja. Dann würden sie nicht gucken. Da hat keiner. Da hat einer. Boah. Nein. Oh, 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 oh. Da spawnt jemand. Tut mir leid. Tut mir leid schon. Ich kann dich auch in Ruhe lassen. Boah. Dann stattdessen eben der. Oh, der Octor. Ich wollte ja Frieden schließen, aber hey, wenn du nicht willst, dann will sie ja. Nein, du bist mein Feind. Nicht du. Du bist mein Feind. Das ist klar. Das ist klar. Nein, nein, nein. Oh, oh. Okay, warte mal. Ich bin nicht rausgefallen, aber wo bin ich denn hier? Oh Gott. Ich hab's geschafft, wieder reinzukommen, lieber. Geil. Oh, da splittert's. Oh, oh. Die Rakete kam mir so aus und ins Gesicht geflogen. Komm schon. Nein. 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 In der Ecke. Oh, bist du in der Ecke. Oh, nein. Trotzdem nicht. Mist. Schade. Das war so schön eingekeilt. Oh, oh. Das geht jetzt. Oh, yo, 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 yo. Das tat weh. Ja, schon. Nein. Oh, runtergefallen. Nein. Was? Irgendjemand hat mich geschubst. Wer war das? Wer war das? Ich. Shit. Mist, wie gemein. Nein, nicht, nicht. Nicht, 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 nicht. Ach du hast mir ne Raketen mitgebracht? Sehr nett von dir. Ja, kleines Geschenk hier. Mit dem Gast. Kleines Gastgeschenk auf dem Stream. Er kriegt immer was Schönes mit. Oh, oh hier guck ich hänge. Moment, Moment. Er ist grad blöd. Guck's dir nachher auf Video an. Ja, ja. Ich muss mal kurz den Tod springen. Tschüss. Ach Gott. Ja, kommt her. Oh, oh, oh. What? Da ist noch jemand. Oh my god. Oh, das hält. Null Munition mit keiner Waffe. Ja, dann Melee, ne? Ich hab jetzt irgendwie ein bisschen... Hab ich noch nie eingehittet. Es geht, es geht. Die Bots die machen das manchmal, aber naja. Die wechseln halt auch so ein bisschen übermenschlich. Oh, die Waffen. Yeah. Fliegt er mir entgegen. Sehr entgegenkommt von dir. Reloaded? Naja, egal. Ray. Nein, auch nicht. Hat die Leech, das ist gut. Echt? Wir müssen mal reden. Wir müssen mal reden. Wie hab ich denn das gemacht? Wie habt ihr das gemacht, mich das überhaupt, äh, mir zu erlauben? Ne, jetzt erledigt, alles gut. Eieieieieiei. Wow, wow, wow! Nein, 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 nein! 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 Score-mäßig schon irgendwie. Pff! Oh, der Job! Uh! An die Decke geballert! Mist! Dieser Autogranatenwerfer ist echt... Der ist geil, ne? Ja. Ja. Wenn sich zwei streiten, freut sich der Orhi. Ja, ne? Hm. Oh, yeah. Orhi, Orhi, Orhi. Oh, ja. Oh, ja. Und schon wieder. Kannst du noch nicht so viel Helfer machen. Aha! Doch, ich bin gerade neu gespawnt, dank dir. Ja. Ja, ja, aber dann... Ja, gut, es geht halt mehr, ne? Ich hab das Gefühl, wenn man gerade frisch spawnt, dann ist man relativ verwundbar. Ja, ich denke, du wirst nicht mit ganzem Schild irgendwie spawnt. Ja, ja, wenn man... Also, man kann halt auch doppelt so viel Helf zu sich holen, ne? Hier, 200 Helf. Und Schild. Von daher... Ja, ist besser hier. Wow, wenn man dann direkt kämpfen muss, ist es sehr gefährlich. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich weiß nicht. Ich konnte mich nicht entscheiden. Ja, wenn ich töten soll. Also hab ich gar keinen getötet. Ja. Oh, was ein Glück. Oh, oh. Oh, runtergefallen. Und ich krieg den Kill. Das ist interessant. Das ist mir schon mal aufgefallen. Wenn man jemanden runterschubst... Ja. Komm! Komm schon! Schild eigentlich. Hä? Das geht nicht. Treff mal geschossen? Nee! Was? Hm. Ich bin gefallen und habe die... Du hast mich gefühlt. Achso, achso, ja. Ja, das gefällt mir. Gut. Nein, nein, wer ist da? Der Octo. Oh, komm, in der Luft. Nein. Komm auch, wir beide jetzt. Yeah. Oh Gott! Nein! Das darf nicht wahr sein! Ha, 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 ha. Ah. Na, Gott. Wundergefallen? Ja, ja. Ja, guck mal hier. Guck mal auf den Leader... Guck mal auf den Leader. Guck mal auf den letzten. Weiß ich nicht. Blöde Runde, oder? War ne blöde Runde. Die wär einfach scheiße, oder? Also, ich fand's okay. Scheiß, ne? Auf jeden Fall. Lol.